So ein Anblick ist selten geworden in Deutschland. Kaum einer hält privat noch Vieh. Und deswegen ist es oft auch nicht ganz leicht, Mist zu beschaffen. Aber der Aufwand lohnt sich, denn dieser Haufen steckt nicht nur voller Nährstoffe. In den Garten gebracht macht er den Boden fruchtbarer als jeder Mineraldünger. Dabei helfen ihm die Bodentiere. In ihrem Darm verbinden sie die Dungteilchen mit den Mineralien des Bodens. Dadurch entstehen wertvolle Bodenkrümel, die dafür sorgen, dass Wasser und Nährstoffe dauerhaft gespeichert werden können. Mist sollten sie aber nie ganz frisch im Garten ausbringen. Besser ist es, sie setzen ihn wie den Kompost einige Zeit zur Rotte auf. Dabei entsteht Hitze, die unangenehme Keime und Unkräuter abtötet. Außerdem werden die Nährstoffe beim Verrotten besser aufgeschlossen. Um die Rotte zu beschleunigen, können sie den Mist wechselweise mit Komposterde schichten. Gut ist es auch, gegen den Geruch etwas Gesteinsmehl dazwischen zu streuen. Kalk ist in diesem Fall verboten, denn der würde den wertvollen Stickstoff freisetzen. Nun noch etwas anfeuchten und dann abgedeckt liegen lassen. In ein paar Monaten ist der wertvolle Gartendünger fertig. Im Übrigen ist Mist nicht gleich Mist. Rinderdung etwa ergibt einen sehr guten Dünger. Sie sollten ihn aber, wie jeden Mist, nur benutzen, wenn er aus biologischer Haltung kommt. Mist aus Massentierhaltung ist oft mit Chemikalien und Medikamenten versetzt und kann Beete auf Jahre verseuchen. Für Rinderdung gilt ein Jahr lagern, bevor er auf die Beete kommt. Schweinemist wiederum stinkt leider sehr und ist eher kalt und feucht. Aber einige Pflanzen mögen ihn doch, zum Beispiel Himbeeren oder Lauch. Hühnermist dagegen ist so reich an Nährstoffen, dass er Pflanzen verbrennen kann, wenn er frisch aufs Beet kommt. Er enthält sehr viel Kali und Phosphor. Sie sollten ihn nur in kleinen Mengen und möglichst kompostiert ausbringen. Auch Kleinvieh macht Mist und nicht nur Kaninchen. Auch von Rennmäusen und Meerschweinchen können sie den Einstreu in Dünger verwandeln. Am einfachsten lässt sich meist Pferdemist organisieren. Reitstelle gibt es überall, auch am Rande großer Städte. Die Einstreu auf Strohbasis kompostiert dabei besser als die mit Sägespänen. Generell gilt, Pferdemist gibt beim Verrotten Hitze ab. Deshalb kann man ihn auch gut als Heizung unter Frühbeete und Rosen packen. Pferdeäpfel sind übrigens der einzige Kot, den sie im Herbst direkt aufs Beet ausbringen können. Insbesondere Erdbeeren und Knoblauch freuen sich über diesen Mulch im Winter. Und auch das Tomatenbeet ist für Dünger immer dankbar. Manche Gärtner packen die Pferdeäpfel sogar in die Blumenrabatten. Das ist zwar nichts fürs Auge, aber gut für viele Stauden. Und die Gartenvögel freuen sich auch. Beideein und Knoblauch. Vielen Dank.